Grüß euch, Mardegra hier. Willkommen beim bisher verrücktesten Beschwerungsvideo, das ich gemacht habe. Und nicht nur das, ich habe noch nie ohne Video, auch noch annähernd so viel in kurzer Zeit beschworen, wie ich jetzt vorhabe. Entschuldigung, dass ich vielleicht ein bisschen leise bin, ich habe Gäste im Haus und es ist mitten in der Nacht, deswegen bemühen wir mich ein bisschen näher ins Mikrofon zu reden. Es läuft gerade das Dünen-Event aus. Ihr seht, ich habe noch vier Drohnen verfügbar, brauche also 35 Beschwerungen dafür. Die Drohnen finde ich da schon sehr nützlich, aufgrund der gar nicht so wenigen Münzen, die drinnen sind und Aufstiegsmaterialien. Ich habe bisher insgesamt 27 solche Drohnen geöffnet und in den 27 Drohnen waren 2200 Münzen. Das heißt also ungefähr 80, also 82, um genau zu sein, waren es bis jetzt pro Truhe. Und auch wenn das natürlich eine kleine Stichprobe ist, aber in den 27 Drohen waren 9 Vier-Stein-Aufstiegsmatz drin, also in jeder dritten Drohe. Das hat also schon ein bisschen an Mehrwert und ich bin wirklich begeistert von Hathor, zumindest so wie sie sich liest und was ich bis jetzt so mitgekriegt habe. Und deswegen hätte ich sie einfach gern und auch Mate sehr gut und einen zweiten Kufer könnte ich auch vertragen. Deswegen ist das das beste Dünnenportal für mich, das es halt geben kann und ich werde diese 35 Beschwerungen machen. Ich habe mir ein paar Angebote gekauft, habe ungefähr 10, wie nennt sie das, Provinzen durchgespielt jetzt auf Autoplay, leichter und schwer, damit ich zu möglichst vielen solchen Münzen komme und das halt ausreizen kann. So, warum jetzt kurz der Anfang in der Nacht, das liegt daran, dass das Dünen-Event in 6 Stunden vorbei ist. In 6 Stunden kommt dann, zumindest ist es so angekündigt, das Kostüm-Event. Und ich habe, wenn ich so jetzt da schaue, bei Kostümen habe ich schon lange nicht mehr richtig beschworen. Das heißt, ich habe zwar die letzten Male, habe ich die Helden, die ich wollte, einfach sehr schnell gekriegt. Und ich habe auch 400 Kostümschlüssel, obwohl ich schon seit, wirklich seit, ja, keine Ahnung, seit einem Jahr oder so gar nicht gekauft habe. Es kommen einfach so viele, ich habe mir geschaut jetzt, die habe ungefähr allein 250 Kostümschlüsseln nur vom Werbungsschauen gekriegt, in Summe über die Zeit, also seit es das gibt. Das heißt, sie sammeln sich an und es sind aber Helden dabei, werden wir schauen, ob ich die alle benutzt. Das kommt drauf an, aber auf jeden Fall werde ich auch einige benutzen. Und es gibt auch ein Video von mir jetzt zum Backportal. Da ist einfach jeder Helder drin, ist gut, mit Abstrichen, vielleicht Otis, ja, mit dem könnte er weniger anfangen. Einfach, weil ich schon Kufu habe und die Kufu einfach ein bisschen besser finde. Ansonsten, Top-Helden, ich hätte jeden gern, am liebsten hätte ich Gorthus, ein Monster gegen den Titanen. Und zusätzlich, glaube ich, wirklich hervorragend im Angriff. Ich habe mich jetzt ein paar Mal schon in Aktion gesehen, das habe ich ja ein Video dazu gemacht, wo ich ihn eh schon sehr gelobt habe. Aber wir haben jetzt in Aktion gesehen, wenn er für die sechs Steine den Tank trifft, dann ist das so viel wert, nicht nur weil der Tank manchmal dran stirbt. Es ist oft noch besser, wenn er nicht dran stirbt, weil man dann einfach, er kriegt zwei Züge, kein Mana und man kann einfach so Steine reinschieben und kann völlig gefahrtlos die weiteren Steine suchen. Also wirklich ein toller Held, das wäre mein Hauptziel. Und wie ihr seht, auch da habe ich schon vor dem Pakt-Event habe ich einige gehabt und habe jetzt Angebote gekauft. Ein paar sind über dieses Allianz-Angebot auf der Homepage gekommen, wo ja die Allianz-Mitglieder jeweils 25 Münzen schicken. Ich werde morgen jedenfalls noch die Angebote des Tages kaufen und dann, ja, werden wir schauen, man kriegt Truhen für bis zu 200 Beschwerungen und je nachdem, was so kommt, werde ich das wahrscheinlich fast ausreizen. Ich warte noch auf morgen auf eben diese angebotenen Münzen damit und warum ich das jetzt alles so quasi konzertiert mache, dass ich gleichzeitig bei allen Portalen beschwöre. Und weil ich jetzt sage, bei allen Portalen nämlich auch, werde ich ziemlich sicher meine 37 Heldenmünzen rausschmeißen, in der geringen Hoffnung, sehr gering zugegeben, auf einen weiteren Pengi. Warum ich das so auf einmal mache, ist einfach, weil der Heldenplatz ist begrenzt. Wenn ich jetzt Beschwerungen mache, dann müsste ich gleich die Helden verfüttern, die 3-Sterne, 4-Sterne-Helden, die man so zieht. Und ich bin mir momentan nicht ganz sicher, wenn ich leveln soll. Ihr seht, meine ersten beiden Reihen sind die Helden, die ich level, normalerweise halt immer. Und im Moment ist da fast keiner dabei, den ich fix raufbringe. Also als Mutter und Nord mache ich natürlich fertig das Kostüm. Die normale habe ich schlangenfertiger als Kostüm. Dann werde ich da die 3-Sterne-Helden schon, Zahret und Basta auf jeden Fall leveln. Bei den anderen bin ich mir aber insgesamt nicht so sicher. Also Viktor, das Kostüm, gemütlich, wenn es passt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich es einsetzen werde. Deswegen würde ich lieber einen anderen lila Helden reinbringen. Bei Argus ist es so, dass er für den durch Angriffsboost und Deathdown ist er eine weitere Option gegen den gelben mythischen Titanen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn wirklich noch brauchen werde. Aber nichts, die das gleiche macht, nur mit mehr Angriffswert und mehr Schaden. Und ja, wahrscheinlich brauche ich ihn nicht wirklich. Und bei Jomper, ich glaube schon, dass ich den teilweise eben gebrauchen könnte, vor allem bei Türmen. Aber wenn, 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 ihr seht, da ist jetzt Hathor dabei, ist rote Heldin, theoretisch Kufu. Wobei, das wäre dann knapp, ich wüsste nicht, ob ich Kufu 2 oder Jomper machen würde. Dann wäre Ruby dabei. Ich weiß nicht, ob, gut, sonst wahrscheinlich kann. Aber wenn ich jedenfalls einen anderen roten Helden kriege, dann würde ich den gerne vorher machen. Und das betrifft ja ziemlich alles. Meine Aufstiegsmaterialien waren schon einmal in größerer Anzahl vorhanden. In rot habe ich zwar eh genug gesehen, aber es ist im Prinzip ungefähr ein Held pro Farbe. Und deswegen will ich, bevor ich die Entscheidung treffe, bei welchem Helden ich jetzt weiterlevel und wo ich richtig durchziehe, würde ich gerne alle Beschwörungen machen, damit ich da nicht irgendeine Fehlentscheidung mache. Weil, wenn ich beispielsweise, also so toll jetzt Milena ist und sie würde mich natürlich viel weiterbringen, aber unmittelbar, also für den nächsten mythischen Titanen müsste ich einen Bengi fertig machen. Und da ist es nicht sicher, ob ich genügend, was brauche ich, Fernrohre, bis dahin wieder kriegen würde. Und deswegen alles auf einmal, dann entscheide ich, was ich level. Beispiel, jetzt, ich rede so groß, wenn ich das und das kriege, es werden in Summe in etwa 300 Beschwerungen, glaube ich, werden. Und wenn man sich die Quoten so anschaut, ja, in dem Fall 1,6 auf einen der guten, bei den anderen paar Teilen meistens eher nur so 1% auf einen guten oder weniger sogar. Also gut heißt einen Helden, den ich brauchen kann. Aber so ungefähr einen Helden pro 100 Beschwerungen würde ich mir jetzt schon hoffen. Ja, so ist das. Und ich beginne jetzt, das habe ich erklärt, warum, was, wie. Diese Beschwerungen muss ich eben noch vor 8 Uhr machen, weil dann das Badal vorbei ist. Deswegen beginne ich jetzt damit. Das ist das Allererstes. Schaue ich noch, ob ich eh voll bin, weil ich will das ganz ausnutzen, um effizient leveln zu können. Werd dann, wenn mir keiner mehr zuschaut, werde ich auch die täglichen Beschwerungen machen. Damit ich irgendwie, ich weiß nicht, was habe ich dann, sagen wir, dass ich mindestens 800 Helden im Roster habe. Und halt dann schauen kann, sinnvoll, effizient draufzulebeln. Ich habe jetzt gesagt 300, das stimmt natürlich nicht ganz, dass es so viel theoretisch, wenn es gut laufen würde. Und ich würde da jetzt beispielsweise Gortus und, ich weiß nicht, Milena oder Gortus und Ruby innerhalb von, keine Ahnung, durch Glück von 50 Beschwerungen kriegen, dann weiß ich nicht, ob ich durchziehen würde. Ich würde wahrscheinlich die Münzen weiter einsetzen, aber ich würde jetzt nicht für Juwelen beschweren. Aber weil ich nicht davon ausgehen kann, ja, so ist das halt. Und da jetzt, wie gesagt, erstes Ziel Hathor, zweites Ziel Mard, am wahrscheinlichsten kriege ich natürlich gar nichts. Ich kriege was, ich darf nicht schreien in der Nacht, sehr cool. Es ist jetzt nicht die allererste Heldin von denen, die man da so wünschen würde oder wünschen könnte, aber sie ist auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt schauen wir, was ist da, wenn ich keine Toxikandra kriege, glaube ich schon, dass sie bei mir die erste in der Levelreihe wird. Ich habe noch keine einzige, jetzt brauche ich es nicht suchen, ist egal, ich habe keine Grace gelevelt und die wäre grundsätzlich auch nicht ganz uninteressant, weil sie eine ähnliche Position im Angriff belegt und eventuell für Events besser wäre. Aber insgesamt ist Mard für einen normalen Angriff, glaube ich schon, also ich habe es mir jetzt gar nicht genau durchgelegt, aber müsste schon besser sein. Und da ich sie für die Dev nicht brauche, ist jetzt nicht so ein Riesengewinn, aber auf jeden Fall eine super Heldin. Und ich nehme schon an, wenn ich Toxikandra nicht kriege, dass meine nächste grüne Heldin Mard wird. Coole Sache, schauen wir mal. Und da mache ich jetzt aber weiter. Wie gesagt, ich habe das so geplant und Hardtower ist halt das Hauptziel da. So, ich möchte jetzt eine ähnliche Szene um nicht damit. Und ich habe das so geplant. Okay. Vielen Dank. 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 Was haben wir da? Sieben im Inventar. Sehr gut. Das wird es jetzt nicht werden. Aber der Schnitt mit den vielen Aufstiegsgegenständen, der bleibt irgendwie. Dann mal 10er klinge. Jetzt werde ich halt auch, wenn ich sowas normal gar nicht mag, Verschwendung und so weiter, aber werde ich mir eine Einzelbeschwörung dann gönnen, um die Truhe voll zu machen, die letzte. Normal mache ich überhaupt nie Einzelbeschwörungen. Es fällt mir in so einem Fall schon schwer eine 10er-Beschwörung machen, wenn ich sehe, dass ich für die 30er im Prinzip ja zwar geschenkt kriege. Letzte Hardtower Chance. Komm, geht schon. Schaut. Aber kann man natürlich sagen, was man will für die jetzt, jetzt soll ich nicht mitzählt, was waren es, 35 Beschwerungen oder so, ist die Ausbeute natürlich sehr, sehr gut mit Mat und Kufu. Vielleicht habt ihr mein letztes Beschwerungsvideo gesehen. Ich habe ja schon viele der Kisten abgeholt, sprich ich habe ja schon viel beschworen. Das war ganz schlecht. Da haben alle ja ihr Beileid bekundet, aber ja, sind wir wieder gut. Und noch eine Klinge. Es scheint wirklich so, dass bei den Dünen-Truhen der Schnitt deutlich höher ist. Wie gesagt, bis jetzt war es ein Drittel, jetzt sogar bei vier Kisten drei, vier Stern Mat. Also momentan sind wir ungefähr bei gut 35 Prozent, eher sogar ein bisschen höher. Und bisher bei den Kisten habe ich ungefähr 15 Prozent Aufstiegsmatz dabei gehabt, also vier Stern Mat. Kann sein, dass das wirklich da jetzt auch höher ist, aber da ist natürlich die Stichprobe zu klein, dass man das sagen kann. Na gut, Anfang war gut. Morgen geht es weiter, mit dem ich sage einmal zumindest 100 Pakt-Beschwörungen und das mache ich, also bringe ich alles in dem einen Video. Bis gleich. Guten Morgen. Trotz ausreichend Schlaf bin ich nicht zur Besinnung gekommen. Die verrückten Beschwörungen gehen weiter. Ich habe noch die Angebote zum Pakt gekauft und da diese Eisschätze, die sind einfach wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr gut. Natürlich kann man jede Ausgabe hinterfragen, eigentlich ist es ein Blödsinn, aber wir haben jetzt Weihnachten, da gönne ich mir was. Schenke ich mir selbst etwas, hoffentlich. Ich bin bereit für mehr Beschwörungen und die Zeit drängt, weil ich will dann irgendwann einmal eine Kiste füllen, wenn ich wieder genug Platz für frische Helden habe. Energie ist akrot voll geworden, sowas gibt es bei mir normal nicht. Weiter geht es mit den Pakt-Beschwörungen. Da geht es jetzt so richtig um die Wurst. Haltet es mir die Daumen. Wer wisst, wenn ihr euch erinnert, Gortus wäre mein First Pick, den hätte ich wirklich sehr gern. Ruby, Toxikantra, Milena auch sehr gern bei Check-Hun. Mache ich ein bisschen Abstriche, brauchen für die Dev nicht. Haha, fein und da ist Toxikantra. Jetzt ist die nächste wichtige Entscheidung Toxikantra. Format, wenn wir schauen. Ich habe sie so gern. Ich habe sie zwar schon einmal, aber sehr fein. So schnell. Wenn es so weiter geht, wird das eine Traumbeschwörung, eine riesige. Check-Hun noch einmal. Für einen Angriff bin ich mir noch nicht so sicher, wie toll das ist, weil wirklich gut wäre es, wenn man einen sehr schnellen Stack zusammen bekäme, der halt was wegkriegt. Aber das geht sich nicht aus, weil es gibt als Dev dann nur einen Wächter-Schakal, der zu wenig aushält und auch nur auf einen geht. Ich bin mir bei ihm, also er führt Titan auf jeden Fall toll, aber werden wir schauen. Er ist auf jeden Fall ein guter Held. Ich würde es jetzt nicht schmälern. Ich weiß noch nicht, wie sehr er mich weiterbringen wird. Und Otis auch nicht ganz, aber die anderen vier bringen mich auf jeden Fall sehr weiter. So will ich gemeinsam mit denen in der Nacht bei sehr wenigen Beschwerungen eigentlich Etli, ja Gott, Sargasso, Noah, mein legendärer Held, den ich aber natürlich, also natürlich, aber ich brauche ihn nicht. Ich hätte ihn schon einmal auf 1-1. Also in unserer mythischen Titanen spezialisiert ist jetzt falsch gesagt bei der Allianz, aber es ist uns halt wichtig und wenn man ein paar Spieler dabei, die halt da unbedingt alles haben wollen und einer davon, der halt auch schon 4 Bengis hat, will unbedingt auch ihn haben. Dass er dann haben will, ist jetzt kein Problem, aber der hat ihn heute zogen und hat tatsächlich 2.000 Dollar dafür ausgeben, bis er ihn gehabt hat. Also solche, es ist ja mein Beschwerungsvideo jetzt schon, ich weiß nicht, wenn es jetzt 300, so viele legendäre Helden, ich habe Hutmacher leider auch schon und einen zweiten brauche ich nicht. Aber die Quoten sind momentan super für mich. Also es ist mir schon klar, dass das jetzt ein bisschen eine Rechtfertigung ist, wenn ich sage, der hat so und so viel schon ausgegeben, bis er den hat und nur für den einen Helden, weil die anderen, der hat zum Beispiel, der hat uns gezeigt, er hat eine Milena und eine Toxikantra verfüttert, weil er jeweils schon 4 gehabt hat und er wollte unbedingt nur den oben noch haben. Also wie gesagt, schlechte Rechtfertigung, es gibt immer irgendjemanden, der noch verrückter ist, aber ich habe das jetzt da auf das Weihnachtsevent für mich selbst jetzt eigentlich schon länger geplant, so ungefähr zu machen. Voriges Jahr habe ich mal gesagt, zu Weihnachten kaufe ich mir Krampus. War ein bisschen überspitzt formuliert mit kaufe ich mir, weil ich habe doch noch einmal jetzt im letzten Jahr mehr ausgegeben und wenn es nur um Krampus ginge mit den Quoten von vorher, dann würde ich das vielleicht heute fast machen. Damals war das so, dass ich in Wahrheit glaube ich nur, also nur unter Anführungszeichen 150 Beschwerungen offen gehabt habe und ich habe dann zum Glück gekriegt, ob ich wirklich durchzogen hätte. Also ich sage jetzt nicht, ich kaufe mir Gortus, weil dazu weiß ich leider, dass die Quoten nicht so super sind und dass ich jetzt so viele Beschwerungen davor habe, das liegt nur daran, dass halt alle Helden, die im Portal sind, gut sind. Ja Hutmacher, weil der Gott kommen, ist ein wirklich lustiger Held. Er leidet halt so wie alle älteren Helden schon langsam darunter, dass die Stats schlecht sind und auch das halt nicht so viel Schaden macht. Der Funktion bleibt natürlich gleich der Diebstahl von den Fähigkeiten und wir setzen immer wieder einmal bei Rush ein, wobei er im Krieg eher selten dazu kommt, weil er für mich vom Damage-Stecker nicht ausreicht, dass er eine Seite wegkriegt. Es ist eher so, dass es lustig ist, wenn man ihn einsetzen kann und die Gegner, ich weiß nicht, perfekt ist es mit einem zweiten Entferner, wenn man beispielsweise, ich weiß nicht, irgendeinen, der halt einen Tont wegnimmt von Ludwig und dann nimmt man den Mana-Boost von Ludwig weg, das ist einfach lustig. Es ist jetzt nicht so, dass es so effizient ist, man braucht diesen zweiten Helden dazu. Aber wie gesagt, das sind mit die lustigsten Angriffe, die mit Hutmacher. Also wenn ich auf jeden Fall auch kriegen will, ich glaube ich kurz rausgehen, damit ich das ist der neue Bogart. Wenn ich mir jetzt nicht verschaut habe, dass ich ihn schon gekriegt habe, während ich geredet habe, aber ich glaube noch nicht, Basel habe ich schon gekriegt. Bogart möchte ich auf jeden Fall und würde mir wahrscheinlich auch nicht stören, mehrere. Auch wenn es da immer eben die Geschichte mit Nahrung und so weiter. Wie lange es dauern wird, da mehrere zu machen, keine Ahnung, aber Bogart ist auf jeden Fall ein Held, der glaube ich auch, wenn man im 2-3 in einem Turnier, die ihm spielt, ziemlich gute Sachen machen kann. Wächter-Falke, ja. Wächter-Falke ist für mich jetzt wieder ein bisschen wichtiger worden, weil bei Events, bei Mariana, beim Superiorentalent können ja die Buffs vom Gegner entfernt werden. Das ist eine sehr gute Sache in Kriegen, in Raids. Das ist aber bei Events leider schlecht, weil dadurch die Schadensteilung von Wilbur runtergenommen wird. Und deshalb haben wir jetzt beim letzten Allianz-Quest mit Wächter-Falke wieder spielen, unter Anführungszeichen, müssen. Wer es wirklich ernst nimmt, vielleicht tue ich das irgendwann einmal wieder, dann könnte man Mariana halt wieder zurück auf Stufe 18 oder 19 oder was dann halt am sinnvollsten ist bringen. Aber ich setze zu viel in Kriegen ein, als dass ich das will, dass das Salent wegkommt nur für Events. Also das kommt für mich zur Zeit nicht in Frage. So, so lässig das Ganze angefangen hat. Jetzt wird es schon langsam wieder ein bisschen fad, nur drei und vier Stern-Helden. Ich will jetzt einen Gortus-Fan oder Milena oder Ruby. Ruby, 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 Ruby. Na, geht ein bisschen schwierig. So leise. Und einen Bogart. Schauen wir, ob die Anzahl der epischen Helden nicht abgezählt, aber ich nehme mal an, so ungefähr 20 werden das schon sein. Also viel mehr als eineinhalb Prozent oder so Chance, glaube ich, wird man gar nicht haben auf Bogart. Da ist er, Bogart. Falls ich nicht am Anfang schon übersehen habe, wie gesagt. Fein. Wobei natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe vor, dass ich fast die 200 Beschwörungen ausreizen will, für die man Kisten kriegt, dann gehe ich natürlich davon aus, dass ich Bogart kriege. Im Schnitt kriegt man alle, ich glaube, knapp 63 Beschwörungen einen von diesen sechs Helden. Ich habe jetzt 62 gemacht. Eine noch. Und dann kann ich sagen, dass ich mit Toxikantra genau im Schnitt liege. Okay. Ist aber in Ordnung. Ich habe andere Helden ja gekriegt, auch wenn ich sie leider nicht, also in meiner Position so jetzt nicht brauche. Aber... Bosswulf, ja. Ist halt auch nichts mehr Aktuelles. Cool, dass er fünf Sterne Held ist, der mehr Erfahrung bringt, wenn man ihn verlabelt. Ich habe auch schon einen Bosswulf, was ich mir erinnere, auf 1.1. Aber ich habe viele erst dann viel später gekriegt. So ein Bosswulf wäre ganz am Anfang vielleicht interessant gewesen. Inzwischen sind die Helden alle... Also die nicht gefeaturedten aus dem Portal sind mit ganz wenigen Ausnahmen halt nicht mehr aktuell. Wer noch immer keines hat, könnte sich über Chameleon freuen. Das habe ich gesehen. Ich glaube, sonst ist das K-Held, den ich jetzt noch wachsen würde, unter den nicht vorgestellten. Passt, Bogart. Zweiter Bogart oder Dritter, wie gesagt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn übersehen habe am Anfang. Jetzt hätte ich dann gerne einen Gortus oder eine Milena. Oder eine Ruby. Bei Ruby ist nur das Problem, dass ich jetzt erst draufgekommen bin, dass Ruby auch eine Barbarin ist. Und ich habe so viele Barbarin. Ich muss jetzt schon total schauen, wem ich die Wappen gebe und wem nicht. Das wird es mir nicht leichter machen. Mein Ruby ist einfach so ein, sagen wir mal, fast legendärer Held, weil wir rauskommen... Ach, nicht das ist Chameleon einer da. Also ich habe schon zwei Chameleon, deswegen Chameleons. Also wie Ruby rauskommen ist, war sie ja absolut überbauert und einige Zeit jetzt, ja, sagen wir wirklich einer der allerstärksten Held. Inzwischen ist sie noch immer sehr gut, aber nicht mehr ganz so gut einsetzbar. Jawohl, und jetzt ist es das Kostüm von... Ich bin so ein Depp. Jetzt war ich bei vorher gerade das Kostümportal von Catman vorgestellt habe. Habe jetzt gedacht, ich habe jetzt das Kostüm von Catman. Die kommen ja erst, die Kostümbeschwörungen. Puh. So wie sich das zieht, das wird ja, glaube ich, ein einstündiges Beschwörungsvideo. Könnte man natürlich auch schneller machen. Ich habe auch schon YouTube-Videos gesehen, in denen 300 Beschwörungen auf drei Minuten komprimiert worden. Wo es einfach, wo er das ganz schnell durchdruckt hat und dann erst die Zusammenfassung von der 30er Beschwörung her zeigt. Also da gibt es zumindest einen YouTuber, der das regelmäßig macht, der unheimlich viel beschwert und dann das Video in komprimierter Weise her zeigt. Also die Beute. Manche von euch halten es vielleicht wirklich aus, die ganze Zeit mehr zuzuschauen. Ansonsten müsst ihr irgendwie durchdrucken mit Beschleunigen, sonst irgendwas. Nur ja, nicht obdrehen. Das war ja das Schlimmste überhaupt. Die Kisten bei den Taktbeschwörungen sind natürlich nicht so spannend. Das sind Trainerhelden drin, Meistertrainer, wie sie sagen, ganz wichtige sind auch drin, obwohl die Meistertrainer in Wahrheit nicht viel mehr bringen als ein normaler Trainerheld. Was noch drin ist, sind Nahrungspakete, die wären mir schon was wert, aber was ich mich so erinnere, sind die meisten, die da drin sind, nur kleinere, also 100 und 250.000 Nahrung, glaube ich glaube, 500.000 ist gar nicht so oft drin. Das heißt, das sind jetzt nicht diese Kisten für mich so ein riesen Anreiz, sondern eher die Helden, die man beschwören kann. Ja, jetzt hätte es eigentlich bis jetzt schon besser, weil ich habe zwar sehr viele legendäre Helden gekriegt und mit dem gestrigen Tag, mit den ersten Beschwörungen, muss man natürlich, kann ich, also muss ich auf jeden Fall auch zufrieden sein, aber jetzt hätte ich ruhig einen zweiten kriegen können. Wie geht es jetzt weiter? Ich mache, wie gesagt, auf das Portal habe ich mich konzentriert, sozusagen. Ich würde jetzt 3,30er machen, es sei denn, ich kriege vorher Gortus, dann überlege ich mir, was ich weiter tun. Also jetzt geht es ein bisschen schneller. Jetzt drücken wir jetzt noch schnell auf der anderen Seite. Wenn dann wirklich ein guter Held kommt oder einer, den ich haben will, dann ist es wieder irgendwie nicht so ein schönes Gefühl, wenn er auf einmal rausbobbt, dann will ich ihn ja das Video genießen. Aber natürlich muss ich erst einmal dazu kommen. Ja, das ist keine gute 30er. Ja, jetzt hätte eigentlich schon um der 2, das heißt eigentlich hätten es 2 schon sein sollen von denen. Weiter geht's. Ich meine, diese Quote, wie am Anfang mit den gestrigen Beschwörungen, das war klar, dass es nicht aufrecht zu erhalten ist. Aber eigentlich ist schon das Portal, dass das mir da am wichtigsten ist. Und einen zweiten von den gefeaturedten hätte ich jetzt eigentlich schon gern, wenn ich jetzt wirklich fast 200 Beschwörungen mache. Ja, Thomas brauche ich gar nicht. Eigentlich viele legendäre Helden, aber nicht die vorgestellten. Ja, das ist nicht so, wie man es sehen will. Was wollte ich sagen? Jetzt würde ich schauen, wie viele normale Läger, nur 0,9% und das war jetzt schon mindestens der vierte, der Thomas. Ja, hilft nicht. Eine 30er Chance nur auf die Helden, die ich gern hätte. Ja, ich will es jetzt nicht ganz schlecht machen, eh fein, aber wie ihr euch erinnert, war Ote ist halt der Held davon, den ich am wenigsten wirklich haben wollte. Und jetzt habe ich in Rot bestimmt irgendwas anderes zu leveln. Denn die Entscheidung, Ote ist, kommt dann mit dazu, weil Kufu, wo ich auch gemeint habe, den ich gestern in der Nacht gezogen habe, kann das nicht Gortus sein? So ärgerlich. Ja, es wird. Und einfach die Falschen davon, also die Falschen ist nicht ganz richtig, Toxikantra ist eine sehr feine Heldin, nur ob ich da in der Nacht schon Mat kriegt und weiß jetzt nicht wenig, also farblich wäre es halt besser gewesen, einer der anderen Helden. Und das ist gleich vorbei. Noah Otis. Ah! Doppel Otis. Naja, hilft nicht. Ah! Na, gehen wir in ein weiteres Portal. So, als kurze Zwischenunterhaltung kommen jetzt schnell die die Heldenmünzen. Ich habe da schon beschrieben, ich habe zwar einige, die neuen Helden habe ich alle nicht, aber ich brauche sie eigentlich nicht. Insel ist natürlich ein Top-Held, nur habe ich in blau, also er würde mir jetzt nicht, oder sie würde mich nicht ausreichend weiterbringen. Eine wirklich gute Heldin, nur für einen Angriffs-Stack habe ich schon andere auch, die genauso oder fast genauso gut sind. Sie bringt dann jetzt genug Mehrwert. Und für Events gibt es einfach noch bessere. Deswegen geht es im Endeffekt dabei nur, mein theoretischer zweiter Krampus, wobei so viele Ressourcen habe ich nicht, dass ich jetzt alles raufziehen kann. Es geht im Prinzip nur um einen Bengi. Und die Chancen sind schlecht, deswegen kann ich da gerne mal schnell tun. Dennoch ein paar nur. Aber Doppel-Ottes statt ein Gartos, das ist ja... Ja. Ja. ja da jetzt nah were talking penge nummer 2 jetzt das ändert jetzt nichts dran dass ich eigentlich hoffe dass bangi genervt wird Entweder Bengi oder eher, vielleicht nicht Bengi, sondern dass die mythischen Titanen verändert werden. Also im Sinn von, dass so etwas ähnliches wie bei Türmen eingeführt werden würde, dass zum Beispiel innerhalb von einem Zug Specials abnehmenden Schaden machen. Dann kann man das nicht so spielen, dass nur Bengi, Bengi, Bengi dann... Oder das würde natürlich alles beeinflussen, auch andere Specials von anderen Helden, aber irgend sowas wäre mir recht, dass es eingeführt würde. Also einfach, obwohl ich jetzt mit zwei Bengis eh schon gar nicht mehr ganz schlecht dastehe. Jetzt bin ich dabei. Und jetzt ist aber zum Überlegen, ob ich da jetzt überhaupt weitermachen soll, weil ich gar nicht weiß, ob von den Ressourcen her, wie viele Bengis überhaupt selbst... Also wenn sie nicht genervt würden, wie viele ich eigentlich maxen könnte. Umgekehrt, bis irgendwann wieder ein Event kommt, wo man sie brauchen kann, habe ich wieder Heldenmünzen beisammen und ich habe gesagt, ich mochte es jetzt, ich habe Nahrung... In Wahrheit... Es ist zwar jetzt im Beta-Test ist ein Event jetzt aufgetaucht zum chinesischen Neujahr. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da jetzt das was richtig, den richtigen Zeitraum, aber ich glaube, dass, wenn ich mich nicht täusche, ist das so Anfang Februar ungefähr. Und... Ähm... Das ist aber ganz komisch, dass ein Peppermint einhält zum Aufheben, der in Wahrheit Platz bei mir im Inventar verbrauchen würde. Ich werde ihn nicht maxen, aber... Ja, gar nicht. Er verbraucht Platz im Inventar. So ist es. Weil er wird auch nicht gestärkt werden, vielleicht vor dem nächsten Jahr, das aber dann machen wir das eher über Kostüm, also... Also in diesem Neujahrsevent jedenfalls ähm... sind momentan nur zwei Fünf-Stern-Helden geplant und die dann aber nur mit einer Einheitlichkeit insgesamt 0,5% kommen. Die beiden Helden haben eine Besonderheit und zwar sie verhindern jegliche negativen Effekte von gegnerischen Dienern. Und zwar das Ganze als Passivfähigkeit, was Waterpipe komplett zerlegt. Und deshalb, obwohl die Helden an sich von ihrer Fähigkeit, die sie sonst so haben, jetzt nicht überragend sind, wären sie halt gegen solche Devs eine Schweinerei. Und... Ja, schauen wir, ich befürchte, sie werden das durchziehen, weil das ja natürlich einfach ein extremer Vorteil ist für die Leute, die so viel Geld ausgeben, dass sie trotz dieser schlechten Quoten und so einfach beschwören. Und bei... Ich sage einmal, bei Team Korea und so, wenn das debattet, wird es dann Leute geben, die... Und ein paar auch bei uns, die haben dann fünf solche Helden und können in jedes Team das reinstellen. Und dadurch werden alle Minion-Danks, momentan vor allem, was betrifft es vor allem Waterpipe, aber auch in Zukunft, alle Minion-Danks würden völlig sinnlos sein. Aber völlig sinnlos ist jetzt falsch gesagt, nur völlig sinnlos, wenn halt so ein Extremst-Casher angreift. Und ich habe jedenfalls dagegen kommentiert, im Beta-Forum habe ich geschrieben, dass das halt den Cashern noch... Also Extremst-Casher, ich bin jetzt... Also wie viel... Ich meine... Ich möchte... Oh, Krampus, Hano, ja. Sehr gut. Ich werde nicht die Ressourcen haben, alle hochzubringen, aber sollte es doch einmal haben und vielleicht wieder einmal... Trond noch wichtiger wäre, wenn wir schauen... Ich habe... Es ist schwierig. Ich bin ein riesen Krampus-Fan gewesen. Ich meine, ich bin nur immer ein riesen Krampus-Fan, aber ich bin jetzt auch ein Fan von Waterpipe im Kontrollanteil. Also mir taugt auch kostümierte Ariel und Waterpipe. Also das gefällt mir auch sehr gut. Und ob jetzt da der Mehrwert gegenüber... Also ich spiele momentan... Ich habe zwei Ariels. Ich spiele einmal Ariel Krampus, einmal Ariel Waterpipe. Und ich glaube, dass man da der Mehrwert von Krampus, so es überhaupt einen Mehrwert gibt, nicht ausreichend wert ist, um ihn zu maxen. Und ich will jetzt, wie gesagt, wie vorher schon einmal gesagt, jetzt nicht extra noch Nahrung und ich weiß nicht, was ich alles kaufe, nur damit ich alle Helden leveln kann. Bei Einsätzen, Kanäle, unter Anfangszeichen, nur 36... Äh, nur 30... 36... Dann... Oh, das gibt es ja nicht. Ja, ändert jetzt nichts, was ich gesagt habe. In dem Bereich großes Glück mit... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel, ein bisschen über 50 Münzen, einen Pinguin und zwei Krampus. Das darf man ja gar keiner zählen, so ein Glück. Das sind die beiden besten Helden in dem Portal. Aber ich hätte halt eigentlich das Glück noch lieber... Da kommt für das, das oder das... Ach Gott, das ist wirklich der... Würde so, nicht nur, also die Tarn sowieso, aber so gut in meinen Spielstil passen, und zwar eben, dass in meiner Kontrollfarbe ein aggressiver Held dabei ist. Das macht nicht jeder und ich spiele es aber gern und er wäre der beste solche Held, den man sich vorstellen kann. Ah, ihr seht es ja vergessen. Ich hole das jetzt. Und da sieht man, wie viele insgesamt schon ungefähr ist natürlich viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf habe ich mir schon geholt in den zwei Monaten, die da sind. Also ich habe noch nie so viel beschworen, generell wie in letzter Zeit. Ich hoffe, das bleibt so, also bleibt nicht so, dass ich das in Zukunft weiter mache. Aber, ja, meine Taktik da jetzt war, bei den letzten Dick holt habe ich schon, dass ich die nehme, die ich fix nicht brauche, weil die kann ich dann gleich verfüttern. Und die, die vielleicht irgendwann theoretisch doch noch mehr braucht, das wäre noch eine Ariel, das wäre vielleicht einmal eine Freya, wobei, glaube ich nicht, in Wahrheit wäre ich gar nicht davon noch mehr brauchen, außer die, die wir da ganz am Anfang schon geholt haben. Grasul habe ich schon eine Gemaxe und da weiß ich sicher, dass ich sie verfüttern kann dann. Ja, und jetzt geht es weiter mit den Kostümen. Ich habe vor kurzem ein, jetzt da gebe ich es gleich, mache ich es gleich öffentlich, veröffentlichen, ein Video über die Kostüme, die es jetzt neu gibt, gebracht. Ganz kurz, ich hätte besonders gern Leonidas für einen Boost vom ersten Kostüm. Ich hätte besonders gern Catman. Und, ja, über Quintus würde ich mich auch nicht aufregen. Magni hätte ich sehr gern. Ich mache jetzt einfach Beschwerungen. Wenn Catman kommt, dann wäre ich vermutlich dann noch, na, eigentlich nicht. 16, bevor jetzt alle Verbrauch. Der ist stark. Der ist nicht so stark. Was ich noch machen wollte, damit sie keiner beschwert, ich habe es nicht gemacht, ist eben auch nur diese Kisten auf. Wie gesagt, hoch ist die Erwartung. Nein, das ist ein Haufen Trainer. Trainer Nahrungspaket. Ich meine, so ein Nahrungspaket bringt mir sehr wohl was, ein großes, wenn sowas dabei ist. Ich werde mich erinnern, also na, ich bin so kurz dacht, dass vielleicht in jeder Kiste ein Nahrungspaket ist. Da ist es nicht. Diese kleinen sind für wenig, sage ich mal. Jetzt alles schnell auf, weil ich dann wahrscheinlich ziemlich schnell einen der Helden wachsen kann. Ja, wie gesagt, diese großen Nahrungspakete, die will ich sehen. Und große Trainer sind natürlich auch immer praktisch, aber ich habe es nicht dabei gewesen. So, also wieder zu den Kostümen. Dann schauen wir weiter. Ja, den bräuchte man das nächste oder übernächste Mal. Wie gesagt, da kommt ein, also gar nicht, wie gesagt, das habe ich im anderen Video gesagt, dass für Zyprian auch schon ein zweites Kostüm im Test ist. Okay, wo kommt? Das aber erst irgendwann nächstes oder übernächstes Mal dazukommt. Ja, Kettmann ist da. Sehr gute Sache. Und jetzt würde ich sagen, na ja, ein paar hälte ich mir auf. Generell ich hätte ja schon sehr wohl gern, vor allem Leonidas und Quintus. Und die Chancen sind ja bei vorgestellten in 1,3. Das ist schon eine ziemlich gute Chance. Ungefähr jedes 150. Mal, glaube ich, kriegt man einen bestimmten davon. Und Leonidas wäre für mich eine feine Sache. Es kommen auch nicht so viele andere Kostüme raus, die ich jetzt wirklich noch brauche. In dem Fall habe ich beide noch nicht. Also ich werde da jetzt weitermachen. Was immer angenehm ist bei den Kostümen, ist ja, dass man auch das Kostüm dazu kriegt, das man dann verfüttern kann. Und dadurch kann man zumindest die Kostüme schon manchmal sehr schnell raufleveln. So wie Kettmann jetzt werde ich, wenn ich dort aber schwer auch nicht mache, schon ziemlich flott raufkriegen. Nein, White gibt es da jetzt mehrere Hilden, die ich schon noch ganz gern hätte. Hier ist das Kostüm von Kelile, könnte ich glaube ich ganz gut brauchen. Aber eher weniger. Und das ist das Kostüme. Vielen Dank. Ja, jetzt geht das Video schon langsam dem Ende entgegen. Ich glaube Fazit, ich kann mich wirklich nicht beklagen, habe einige sehr gute Helden gekriegt, habe vielleicht nicht ganz dieses Hauptziel Gordus gekriegt, wobei, sollte er nicht genervt werden, wird mich Bengi wahrscheinlich noch weiterbringen. Aha, das ist interessant, aber brauche ich eigentlich gar nicht. Ja, ich darf mich jetzt nicht beklagen darüber, dass ich ein Doppelkostüm kriege, aber werde ich nicht einsetzen. Also noch einmal, das Fazit kann nicht schlechter schauen bei so vielen, doch ich glaube, rein von der Anzahl her habe ich auf jeden Fall mehr auch Event-Helden gekriegt, als es mir zustehen würde. Es sind halt, wie gesagt, am meisten hätten wir auf diesen Gordus eingeschossen und der ist ja leider nicht dabei. Es werden jetzt einige sicher sagen, ich bin ein Vollidiot, dass ich so viel da jetzt da reingesteckt habe. Ein bisschen muss ich abschwächen, weil ich ja schon daraufhin gearbeitet habe, quasi zum Beispiel die ganzen Kostüm-Schlüssel, davon ist ja bisher vielleicht im Zusammenhang mit diesen Beschwerungs-Paradies-Angeboten, die habe ich schon immer wieder gekauft, aber ich sage, zwei Drittel von den Schlüsseln ungefähr sind verdient, hart verdient, hauptsächlich indem ich Werbungen geschaut habe. Also, ich habe es im anderen Video, glaube ich, schon gesagt, oder vorher schon gesagt, ich habe ungefähr 250 Kostüm-Schlüssel von Werbung schauen. Und dann kommen natürlich welche von Farbdrohungen, von allem Möglichen. Also, ganz selten sind es ja doch auch bei anderen Luts dabei. Und umgekehrt, solltet ihr jetzt nicht der Meinung sein, dass ich ein Idiot bin, oder vielleicht schon, dass ich ein Idiot bin, aber so ein Video schaut es euch einfach gerne an, sage ich einmal, dann braucht ihr jetzt auch nicht darauf einstellen, dass sowas öfter kommt. Im Normalfall, also das ist jetzt nur, weil so viele Events zusammengefallen sind mit vielen guten Helden und ich habe nicht vor, in dem riesigen Umfang weiterhin zu beschwören. Natürlich, ich sage einmal, also vielleicht 200, 300 Beschwerungen im Monat werden schon, also kommen schon immer zusammen. So, ihr seht, ich mache das jetzt durch. Die nächsten 4-Sterne hält, ich glaube, Zyprin brauche ich. Lichoux kommt das Kostüm noch raus und das ist schon, dass ich ganz gerne einmal hätte. Ärgerlich wäre es im Prinzip nur, wenn ich jetzt da genau Lichoux käme, dann kann ich mir vorstellen, ja, hätte ich das das nächste Mal erreicht, dann, also sie das nächste Mal gezogen, dann hätte es gehabt. Liana habe ich schon das Kostüm. Ja. Ich trage ja alle meine Beschwerungen und es ist ja sehr viel von dem, was ich so beim Spiel kriege, erreicht, sonst irgendwas trage ich in Excel-Listen ein. Da habe ich jetzt ganz schön viel zum Nachschreiben und Nacharbeiten von dem Video, weil ich auch jede Beschwerung eintrag, deswegen recht gut dann verfolgen kann, wie glücklich oder unglücklich ich war und ich kann es euch gleich sagen, es läuft wirklich auf über den langen Zeitraum, jetzt habe ich doch in den 5 Jahren etliche 1000 Beschwerungen gemacht, es läuft ziemlich genau auf die Quoten hin, die angeben sind. Also man kann den Zahlen schon vertrauen. Die Quoten sind eh schlecht genug, also auch die angegebenen, wenn du da jetzt angeben bist, ja insgesamt, weil bei dem Partei geht es im Verhältnis ja noch, aber wenn man mal für 3,8% irgendein 5 Stern hält und meistens nur ungefähr 1% einer, den man braucht, wie gesagt, die Quoten sind eh schlecht genug, da brauchen Sie jetzt nicht nur zusätzlich betrügen, indem Sie halt noch weniger ziehen lassen. Okay. 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 Es gibt ja ein paar Spieler, die jedes Mal bei jedem Event sofort den Helden gemaxt, Limit geprägt und so weiter haben und da fragen Sie dann immer manche, wie gibt es denn das und so, ich meine, ob Sie jetzt davon, dass Sie natürlich so viel Geld einsetzen müssen für das Beschwören, aber warum die dann immer auch gleich gemaxt sind, hat er ganz einfach einen Grund, wenn die 1.000 Beschwörungen machen, damit sie den seltenen Helden vielleicht zweimal kriegen, dann haben Sie ja so viele 3, 4 und selbst 5 Stern Futter Helden, dass der einfach schnell oben ist. Das sage ich jetzt nur, weil ich ja jetzt, dass so viele Helden mein Inventar habe wie noch nie, also noch viel, viel, viel mehr als ich jemals gehabt habe und dementsprechend könnte jetzt auch schnell irgendwas leveln. Wobei ich ein paar schwierige Entscheidungen vor mir habe und deswegen gar nicht so genau weiß, ob ich jetzt, also gar nicht alle, wie soll man sagen, in Rot zum Beispiel ist es ganz schwierig, wenn jetzt da von Level Kufu, Otis, jetzt war ich mal gar nicht ein Jumper, zwei habe ich noch, okay, jetzt hat die Kettmann dreifach, besser dreifach als nie, allerdings bei jetzt doch da 80, wäre es halt schon schön gewesen, an von den beiden gefeaturedten zu kriegen. Na gut, in Summe, wenn die absoluter Glückziehung und jetzt auch in Grün zum Beispiel jetzt mit Matar 412 Helden. Puh, und bevor ich das jetzt auch noch vergiss, machen wir das da noch. Magiekügelchen, naja. Es sind wirklich da bei den Dünen mehr 4-Stern-Gegenstände dabei. Paar Stiftpfeile brauche ich glaube ich besonders, oder wie viel da ist der 8 doch nicht besonders. Dann schauen wir irgendwo wie nur 4. Ja, das war jetzt nicht berühmt, hat nichts daran geändert, dass du jetzt 412 Helden über 10.100, also arg. So verrückt war jetzt, habe ich jetzt gar nicht mitgezählt, aber davon werden über 300 werden jetzt beschworen worden sein, die anderen als in Kisten, die Trainer Helden. So, wo sind es jetzt die neuen? Da, was ist also dieser riesen Beschwerungsorgie? Matis dazukommen, zweimal Otis, das tut weh einfach, da hätte ich so gern Gordwurst gehabt und zwar mit der Gok. Peppermint, Pengi, ein Benno war neu, gut, etliche Bahlwurst, zwei Krampi, eine Toxikandra, ja, irgendwas war noch, habe ich vergessen. Na gut, also, einiges zu leveln, egal ob ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, ich Idiot unterstützt die Firma, so die uns alle, also uns allen das Geld aus der Tasche zieht, das ist halt so, sie haben mich, mein Geld haben sie jetzt aus der Tasche, oder ob ihr sagt, ja, cooles Video, ich freue mich über Kommentare, die einen will ich halt, freundlicher beantworten und liken und die anderen will ich teilweise ignorieren, aber, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns, macht es gut, ciao. Ciao.